Schlaf ist eine fundamentale oder hat eine fundamentale biologische Funktion. Wenn wir nicht essen, wenn wir nicht trinken, wenn wir nicht schlafen, werden wir sterben. Beim Nicht-Essen, da hängt es ein bisschen vom Ausgangszustand ab, da sind es 60 plus minus Tage. Beim Nicht-Trinken geht es relativ schnell, innerhalb weniger Tage. Und beim Nicht-Schlafen, da wissen wir es nicht. Und das hat zwei wesentliche Gründe. Zum einen hat es den Grund, dass sich natürlich die entsprechenden Experimente aus ethisch-moralischen Überlegungen heraus verbieten. Zum anderen ist es aber auch so, der Mensch kann nicht Nicht-Schlafen. Selbst wenn wir den Eindruck haben, dass wir die ganze Nacht kein Auge zugetragen haben, dann ist es doch so, dass sich der menschliche Organismus immer das Allernotwendigste an Schlaf holt. Und selbst wenn wir subjektiv den Eindruck haben, dass wir nächtelang vielleicht gar kein Auge zugetan haben. Ich bekomme viele Anrufe in unserem Sekretariat, im interdisziplinären Schlafzentrum des Pfalzklinikums, wo Patienten anrufen, ich brauche sofort einen Termin, haben nächtelang kein Auge zugetan. Da bleiben wir immer ganz cool und relaxed, weil wir wissen, der Mensch kann nicht Nicht-Schlafen. Der menschliche Organismus holt sich immer das Notwendigste, was er benötigt. Schlaf ist ein hochaktiver Prozess. Es ist nicht so, wenn wir heute Abend in unsere Kissen fallen und unsere Euglein schließen, ganz so sanft in Morpheus-Arme hinübergleiten, das dann in unserem Organismus, vor allem in unserem Gehirn, wo der Schlaf im Wesentlichen auch stattfindet, alle Systeme runterfahren, wir in einen Stand-by-Modus gehen und sozusagen Energie einsparen. Nein, Schlaf ist ein hochaktiver Prozess. Wir verbrauchen im Schlaf ungefähr so viel Energie wie im Wachen, wenn wir das einmal mit jemandem vergleichen, der am Trage eine sitzende Tätigkeit hat. Der Schlaf ist das wichtigste Regenerations- und Reparaturprogramm, was der Mensch überhaupt nur hat. Deswegen sind wir dort eben hochaktiv. Wir werden gleich über die Funktion und Bedeutung des Schlafes sprechen, was wir da heute wissen. Aber ich kann Ihnen schon eines sagen, der Volksmund hat recht, wenn er sagt, Schlaf ist die beste Medizin. Und da das eben so der Fall ist, Sie sehen das hier auf diesen Abbildungen, machen es alle Lebewesen. Sie machen es auf ganz unterschiedliche Art und Weise, wie Sie hier sehen können. Die einen rechts oben, der hängen sich an den Baum, klammern sich an den Baum, klammern sich aneinander beispielsweise, wie Sie das hier sehen können. Man ist im Schlaf zu manchen Kunststückchen in der Lage. Sie sehen hier, die stehen auf einem Bein, halten das Gleichgewicht, stecken den Kopf jetzt nicht in den Sand, aber ins Gefieder. Wir sprechen noch einmal darüber, muss es dunkel sein zum Schlaf. Und vielleicht, um noch eines hervorzuheben, weil wir es gerade von den Kunststückchen haben, in Anführungszeichen, die wir während des Schlafes in der Lage sind, zu verrichten. Sie sehen hier die Zugvögel, aber Sie sehen auch die Delfine. Und beide schlafen ganz interessant, nämlich da schläft immer nur eine Gehirnhälfte und die andere Gehirnhälfte ist wach. So ist es möglich, dass die Zugvögel in ihr Winterlager nach Südafrika fliegen, nonstop während des Fluges schlafen, mal die eine, dann die andere Gehirnhälfte. Und bei den Delfinen ist es beispielsweise so, Schlaf ist ja auch ein gefährlicher Zustand, dass eben nur eine Gehirnhälfte schläft und die andere ist wach und schaut, ob denn da Fressfeinde sind, ob denn die Betreffenden bedroht werden.